Bei den Österreichern gehen die Meinungen über die Maßnahmen auseinander, nicht zuletzt wegen der geplanten Ausgangsbeschränkungen. Das ist eine ziemliche Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ich glaube sehr stark an die Selbstverantwortung der Menschen und der Leute. Ich befürworte, dass wir das endlich loskriegen. Mir war das wurscht, weil meine Freundin geht immer sehr früh schlafen und da muss ich mit. Für mich verändert sich gar nichts.